Vom SV Dürrbrunn Unterleinleiter, mitten in der Fränkischen Schweiz, Koba-King Michael Lachmeier, aber wir haben keine Koba mehr, sondern Bavarian Race heißt es jetzt. Die Commerzbank hat sich zurückgezogen aus dem Sponsoring. Dritte Runde Wilhelmsdorf, Samstag, 25. Februar 2017. Und er spielt gegen den Alten das ewig junge Duell, das leider immer der Falsche gewinnt. Und er spielt gegen den Altenstremischen, der Falschischjahrspieler. Also der in den Böden sitzt der? Der hat sich. Der hat sich. Okay, ich mach das so. Genau. So, die Autohade, so recht? Ja, wir haben auch. Aber die Unterbrachen waren. Die Unterbrachen waren selbst. Ja, die ist ja auch. Die ist so nicht klassischisch werden, man kann nicht unterbrachen. Langsam, was wir haben, eben nicht, wir haben gewechselt. Ja, und Leute! Ja... Ja, ihr passt jetzt. Ja, elbe! Ja. Hier, nicht zum Einspülen. Komm doch mal bei Spül. Das ist aber. Hibst du wieder deine riesen Spiele auf? Nein, nein, nein. Es ist wirklich so, dass ich so gespielt habe, wie kann sie zeigen. Komm. 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 Ist der gut? Mach ich mal den Finger. Okay. Luka. Ja, schön. Überzeugung. Die Fehler gehen auf meiner Seite. Komm. 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 mahl. Komm. Jetzt schauen sie zum nächsten Mal.